Musik Na fantastisch. Hinter uns Piraten und vor uns Wüste. Das war nicht immer Wüste. Es gab hier mal Wasser im Überfluss. Wie kommst du darauf? Dort drüben, das ist ein ausgetrockneter Flusslauf. Wir würden interessieren, wo er hinführt. Das war schnell. Unsere Verfolger werden uns nicht nur viel Zeit lassen.